So, willkommen zum nächsten Minecraft LP Wieder mit mir dabei Genau, mit Kosmos Und ich reg' mich immer noch auf Mann Ich will nicht mehr Aus was kann ich mein Schwert kraften? Äh... Ja... Baute gleich ne... ne... Ding Battle-Axt Okay, dazu brauch' ich 5 Dias, ne? Ja, genau Okay Und zwei Sticks, ne? So, jetzt bräuchte ich 4 G und meine Kannst du auch Autogekraft werden? Werden, ja Ich will schon Äh... Mist, ich hab' dir auch kein Minions-Stone oder so Ach, sobald ich den kurz dran Äh, ne, ja, okay, reinlegen ist okay, weil... Ja, ich kann nicht bloß in den Inner-Prosch legen Äh, wie öffne ich eigentlich das Crafting-Ding-Wild von Minions-Stone? Äh, mit 10 Mit 10? Ah, geil Geil So, Battle-Axt Äh, draußen ist ein Wehrwolf 4 Ein Wehrwolf? Ja Den hol' ich mir Okay Der steht hier an diesem Lager-Ding, wo die Ender-Chester ist Also ich denk' mal mit einer Battle-Axt mit Knockback Plus 2, Sharpness 4 und einer kompletten Dias, die soll ich den eigentlich wegkriegen Niemals, wett, ich trau' ich das nicht Du bist ja 5 Euro Ach, ne Witzig Das war ein normaler Wehrwolf Echt, nur ein normaler? Ja Oh, schade Ich dachte, jetzt hätte ich hier was Gutes entdeckt Ja, die tropfen eh nix, glaub' ich Okay Gibt's hier vielleicht noch einen? Nix Nix Oh Gott N Mhm Äh So Da ist Fiber-Cable Equest Nummer 20 So, jetzt ist die Frage, wie bündel ich das ganze Zeug? He he Nein! Was? Okay Ah Mist Ein Eisengeil So Ich wollte 3, noch zusätzlich, 3, das ist okay, so, äh, oh, macht das einen Spaß, ich weiß ja nicht, was du da machst, aber ich stelle mir gerade wieder meine Sachen jetzt. Ja, ne, ich baue gerade Leitungen von den Geo-Termaldingen zur, ähm, zur MFSU. Ach, ach so. Auch nicht unbedingt interessant und so, aber, muss gemacht werden. Äh, willst du deinen Minions-Stone zurück? Im Moment brauche ich nicht, aber, äh. Ich lege überall ein, bevor ich sterbe. Genau. Gut, wir können, wir können es nicht auch in eine eigene Kraft machen, aber, ich denke mal, wir brauchen den, sie gerade nicht so. Ach, der fällt mir ein, naja, ein Jetpack mache ich mir jetzt erstmal nicht so oft, wie ich hier sterbe. Boah, ein Jetpack müsste ich eigentlich auch nur noch zum Auto-Crafting-Ding, äh, ja. Ich glaube, ich weiß, was wir gleich machen werden. Äh, Jetpack-Auto-Crafting? Ja, und alles, was dazu gehört, äh, Badbox und so. Ach so. Ne, oder? Ach, komm. Ach, geil, wir machen Jetpack-Auto-Crafting, äh, mir fällt da gerade so eine Situation ein, mit der wir das testen können. Äh, ob das klappt? Hm, wieg mal. Hm, komm ich nicht drauf. Äh, soll ich dir irgendwas helfen oder so hier? Ist schon fertig. Ja. Okay. So, jetzt bin ich reingesprungen. Ach, das sind die Geothermal-Generator-Tanker. Genau. Wo bin ich jetzt? Ah, jetzt fließt das alles rein. Hä? Wo bin ich? Und dann haben wir vier. Ah. Hä? Komm ich da rein? Ach so, wegen, ah, ah, fein. Ich dachte mir gerade, wie komm ich da rein, aber ich hab ja vorhin mich unten durchgepowert. Okay, äh, wie hieß dieses Tool, womit ich von überall auf die Ender-Chests drauf zugreifen kann? Hasch, also, äh, äh, Ender-Pouch. Ender. Äh, davon kann ich mir auch noch eins quapfen, oder? Genau. Blaze-Powler, okay. Haben wir Blaze-Powler? Guck ich gleich nach. Und Wuhl, okay. Ich bin vor, dass ich hier direkt schon alles mal an, weil ich es so cool finde. Ähm. Oh, hm, naja. Okay. Ich mach nochmal zwei Geothermal. No, blo. Das Gefährliche ist ja einfach nur, dass man einfach so viel Request hat und dass man irgendwann keine Items mehr hat oder so. Das ist so ein bisschen die Gefahr, aber... Also, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwas Auto craften... Uah, shit. Ja. Ja, der war es erstmal wieder von mir. Ja, toll. Oh mein Gott. Ich hab keine Ahnung, was du gemacht hast, aber klingt nicht gut. Äh, Geothermal-Generator aus Versehen erstens mal abgebaut und dann auch nur mit einer Spitz-Axt. Uh, okay. Ja. Gut, ist mir dann eigentlich relativ egal, weil wir können sie hier Auto craften und ansonsten hau ich es einfach wieder ins Lager rein und dann benutze ich ihn automatisch dann, wenn einer vorhanden ist. Von dem her. Oh, okay, na gut. Es gibt auch so ein anderes System, aber ich hab's schon ein paar Mal erwähnt, aber ich find's einfach scheiße. Ähm, da siehst du nicht mehr wie die Items, äh, Dings, du hast praktisch nur so ein Lager, mit dem du dann die Items ganz laggy rausnehmen kannst und so. Okay. Autocrafting funktioniert zwar auch und so, aber ich weiß nicht, ich find's irgendwie so unpersönlich und ich find's einfach nicht so toll. Ja. Das ist schon ziemlich viel hier. Das ist Geschmackssache, das andere ist natürlich viel kompakter, also da hast du... äh, hättest du vielleicht so viel wie hier unten im Maschinenraum also steht, wenn überhaupt. Oh. Ja, und das ist natürlich schon ein Vorteil, aber ansonsten... Ja, das hier ist schon ziemlich komplex, sieht zumindest so aus. Ja, mhm, schaut nett aus. Okay. Äh. Ja, jetzt kann ich die Minion Storm wieder gebrauchen, geil. Ähm. Den können wir auch gleich Autocraften und so. Echt? Geht alles. Geil. Jetzt hab ich grad schon wieder auf den Kastik geklickt. Wow, ich hab so'n Ding. Ja. Von dem lege ich jetzt den Minion Storm wieder rein, so. Ähm. Ich ernte mal das Feld hier einfach so zwischendurch, ne? Ja, genau. Schluss ist das grad. So. Naja. So. Ähm. Ich fühl mich grad irgendwie so nutzlos. Äh, ja, ne, du, äh, ich hab gleich noch was für dich und so. Okay. Können wir das zusammen machen. So, sechs Geotimalt, Generatoren. Haha, ich bin nicht gut. Reichen, die produzieren ja auch eigentlich ziemlich viel Strom, oder? In der Masse auf alle Fälle. Wenn man zumindest mal so schlau werden, die ob das Strom jetzt anschließen würde. Ach immer noch nicht angeschlossen? Wolltest du es nicht gerade machen? Äh, ja, ähm. Zumindest nur die einen, die anderen habe ich vergessen. Ach so. Ah, schöne Ente. Sag mal, was droppen Enten eigentlich? Droppen die irgendwie so... Enten... Fleisch, oder so? Ansonsten könnten wir ja auch mal eine Ente essen. Ich glaub, die droppen nix Besonderes. Ach so. Na, das lädt sich relativ langsam auf, aber was weiß. Na gut, der Testreaktiv hat ganz gut, äh... Ich halte mich an Grenzen. So, jetzt komm, wir schauen. Irgendwie? Jetzt muss der Profi an Zwerg. Okay, ich hab keine Ahnung, ich geh wieder. Warte kurz, komm mal kurz, äh... Wenn du auf den letzten... Also auf einen letzten, äh, Dings da draufklickst, ist bei dir Lava drin? Irgendwas? Mh, nein. Aber die leuchten. Oh mein Gott. Ey, ich bin noch so ein Vollbob. Ganz ehrlich. Nicht angeschlossen? Ja, nicht nur eigentlich angeschlossen. So. Ja, das... Ganz hinten auch nicht. Ah ja, jetzt ist aber Lava in den hintersten auch drin. Ja, jetzt geht es auch mal ein bisschen schneller da. Oh. Ähm... Ich hol hier gerade einfach mal so... Äh, so. Ich hol hier einfach mal alles Rohzeug, so, einfach mal so. Und, äh, also alles ein rohes Essen und schmeiß das mal in den Ofen, ne? Mhm, okay. Ähm, sorry. Fällig. So, ganz hinten noch einen rein. Hä? So, wo? Ja, teilweise echt ein bisschen strange hier alles. Kann sich hinsetzen. Oh mein Gott. Klingt anstrengend. Ach. Gut, dass es gar nicht gesehen hast. Was? Ich komm schon. Ich dachte, ich wollte die ganze Zeit immer hinten noch eins dran setzen und dann... Ich dachte, wieso geht das nicht? Aber es ist schon eins dran. Okay. So, das ist sechs. Das sind auch sechs. Oh mein Gott. So, jetzt. So, und jetzt werde ich nicht wieder sterben. Ich geh da mal ein paar Mops killen. Hast du schon Rüstung so gebaut? Oh, äh, Rüstung nicht. Five. Ähm. So, woraus baue ich dir, äh, dir, nein, mir, äh, meine Rüstung? Äh, wie viele Videos haben wir? 76. Oh, im Moment nicht so viel. Ah, ne, ich, ich glaub, ich nehm. Gold. Auch fast nix für mich. Ich glaub, wir müssen bald Farmer gehen oder so. Oh, äh. Sagen wir mal, ähm, äh, vielleicht aus Bronx oder irgendwie so, oder? Ähm, ja, oder, äh, das Eisen. Ja, Eisen. Klingt's grad blöd, aber im Moment haben wir relativ wenig. Ja, Eisen. Reicht. Wie viel brauch ich für ne Rüstung? 40, oder? Äh, ich glaub, 32 oder 35, irgendwie sowas. Ich weiß nicht genau. 32? Ne, ich nehm erst mal 35. Genau. Komm, das reicht's. So, mein Eisen ist nicht da. Da ist es. So, gut. Und, glaub ich, hab mir erst mal alles. Genau, brauchen wir die mit Drafting Pipes. Ähm, so. Same. Zum Glück weiß ich, wie man nur Rüstung gehaftet. Ah, das war jetzt so schlau. Oh ja, und gleich darfst du mir helfen. Ah. Jo. Ich hab mir ja erst mal hier gerade einen schönen Brustpanzer gehaftet, obwohl ich das nicht brauche. Sobald ich einen Jetpack habe, brauch ich es ja nicht. Äh, nein, bei 35 sind da noch 11 übergeblieben. Oh. Ups. Ja gut, ohne Brustpanzer. Das ist ja nicht. Du meinst, 33, hey. Egal. Müssen wir das Portal... 35 minus 11 sind... ...glaub ich auch nicht 33. Ja, ich bin ein Idiot. Wieso minus 11 eigentlich? Weil 11 übergeblieben sind. Naja, aber minus 8. Wenn es 2 und... Egal, mein Logikum. Ja, egal. Ich glaube, wir wissen jetzt beide nicht, wovon der andere redet. Ich stehe gar ein bisschen auf den Schlauch. Was ist das? Hm? Was ist dieser Igneos-Extruder? Ah ja, warte. Okay. Nein, Kabel. So. Muss man dann irgendwie eine bestimmte Menge Kabel da reintun und dann bekommt man was? Oder? Ah, ich lese das Tutorial. So, Redstone-Control. Tab Confi. Okay. Das ist jetzt komisch. Äh, hast du Redstone? Das braucht irgendwie ein Redstone-Signal oder so. Steht im Tutorial. Ah ja, warte mal kurz. Aber... Aber... Äh, ja. What the fuck? Das ist grau. Nein, ah, ah, grau. Was ist da grau? Ich glaube, da nix. Was ist da grau? Aha. Ah, dafür ist der gedacht. Da kann man Cobblestone, äh, Stone und Obsidian kontrolliert aus. Lava-Wassermix herstellen. Genau. Weil irgendwie... Steht unter Information. Wieso funktioniert der gerade nicht? Steh's nicht. Der macht nix. Wird ein Lava. Wird ein Lava. Wird ein Lava. Ah. Ah, dieses Fell hier. Hm, ich seh schon. Da fehlen gerade genau zwei MB-Lava. Oh, okay. Ich glaube... Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder so, aber... Ist ein bisschen nirgendertig. Hm. Liquid... Transposer. Da könntest du mir kurz helfen. Du könntest... Ähm... Ja gut, das ist nix besonderes. Also du könntest du mal requesten oder so. Was? Ja, okay. Für einen Liquid-Transposer. Oder Transposer. Liquid... Oh, das ist der. Aha, Silver-Engret. Was? Silber... Einmal habe ich schon. Silber, Silber... Einmal hast du schon Silber. Das heißt, du brauchst nur drei. Okay. Äh... War es Silber? Nee, nee, Liquid-Transposer. Hä? Ah, Transposer, okay. Ups. Einfach für die zwei mittleren Dinge da. Für die Machine-Frame und Redstone Reception Coal. Also, da brauchst du die Materialien. Genau. Wenn ich gerade Lust hast. Okay. Ich mache gerade das Außenrum. Und Eisen ist noch in dem... Was? War ich die Elften? Ich habe schon ein bisschen was rausgenommen. Ach so, hast du schon? Ja. Sorry. Ich dachte gerade, ich wollte das Eisen jetzt hin. Und dann Gold. Äh, brauchst du noch? Okay. Äh, nein. G-O-L. Äh, wir haben da noch ein Gold in GetNerd. Höh. Scheiße. Äh, dürfte alles da drin sein in diesen Dingen. Okay, gut, danke. Bitte? Habe ich das Glas auch schon? Weiß ich nicht. Glas habe ich schon. Und für das Redstone? Äh, ja. Ich kann dir das Redstone geben, aber Gold fehlt dir jetzt. Eins, ne? Äh, Gold habe ich gerade schon hergestellt. Ach so. So, sechs. Ups. Äh, ich wollte die XP. Oh, I'm sorry. Naja, ich bin erst selbst laufend. Nein, egal. Ähm, ich glaube, jetzt ist alles da. Für die Sachen in der Mitte. Wo ist nochmal Iron? Iron? Wie, Iron. Also, ähm. Ach, hast du noch gar keine Iron? Ich dachte, der hättest schon ge- Was? Also, du brauchst jetzt Iron, ne? Warte, warte, ich mach's selbst schnell. Nein, nein, das mach ich jetzt. Hab schon. Mann. Egal. So. So, Machine Frame. Äh, Redstone. Oh, PvP ist aus. Äh, ist PvP aus? Ja, aber ich kann gerade zum Schlagen, warte. Was? Nein. Weg hier. Scheiße. Mann, das ist unfair, dass du ein Jetpack. Oh, ne, bevor ich gleich sterbe. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da draußen ist ein Tüttlicher bedrohender als das. Hä? Was? Hast du schon ge-fixt? What the fuck? Was? Oh nein. Oh, das geht auch noch. Mann. Hau's nicht weit weg, warte? Oh. Gar nicht. Schade. Machst du das, ey? Es liegt einfach nur dran, äh, an dem Weapon-Modal. Du kannst mich auch mit einer, äh, Bad Luxe hauen. Okay. Aber mit einem anderen kannst du mich nicht hauen. Okay. Schlagen wir mal. Oh ja, das klar. Und dann eine Spitzeuge in die Hand. Dann, äh. Ja, das geht nicht. Schlagen hat ich gemacht. Ja. So noch. Ah, hier ist dieser superschöne Eingangsraum, den ich hier mal gebaut habe. Mhm, das steht noch immer. Ja. Ach du, wollen wir eigentlich mal das Feuerdingen, äh, das Lagerfeuer machen? Stimmt, ja. Ja, warte ich. Ich fordere eben mal so... Hab ich schon. Schon drin. Ja. Ha, hauptsächlicher, so, bin bereit. Jo, da gibt's schon. Ach, das hat es kein Nieming-Atschulach. So, ich bin nach. Na dann, da. Na dann, da. So, dann, da. Wir sind nicht mehr acht Minuten. Trennt der Augen. Trennt der Augen. Trennt der Augen, okay. Ja, oh 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 ja. So, unten links nochmal. Ja. Ja, jetzt kommt mir auch mal der Feuerton, ja, ja. Ja. Ah, Mist. Ja. So. Genau, ich stehe zwischen wo drin. Da ist ja auch was. Ja. Okay. Ich habe kaum Damage. Achso. Ja. Jetzt müsste es funktion... Fast funktionieren. Äh, du hattest gerade gesagt, wir sind bei 18 Minuten. Ja, das stimmt. Warte kurz zu. Wollten wir dran erinnern. So, Feuerzeug zurück ins Lagersystem. Nein, äh, du sag mal, kannst du mir vielleicht, ich habe, äh, dieses, äh, Ding, womit ich, äh, äh, die Dinger anfordere, gerade versehentlich ins Lagersystem schmissen. So kommt. War nicht, das war jetzt so. So kommt. Danke. Eigentlich hätte ich wieder zu lassen müssen, oder so. Wow, das war, das geht gerade mal. Äh. Kann mal passieren. Hatte ich auch schon, aber ich halte es auf stumm. So. Ah, kommt, der reich. Wisst ihr was? Haben wir mal. Los, dann weg. Ah, sorry. Super. Super Fail, äh, hab vergessen, Telefon rauszulegen. Egal. Wieso? Normal kriege ich keine Anrufe, aber irgendwie, jedes Mal, wenn ich aufnehme, oder irgendwo in der Aufnahme dabei bin, äh, geht erstmal schon das Telefon voll los und meistens heißt es dann sogar noch direkt am Mikro liegen. Heute mal nicht. Ist mir auch immer so. Achso. So, das war jetzt ein bisschen fail, wie ich gerade gebaut habe, aber egal. Äh, ich bin gerade mal in eine Mine gegangen, ähm, um mal wieder ein bisschen was zu farmen, ne? Mhm. Ja gut, ne, das wird schnell gehen. So, jetzt funktioniert das auch. Jetzt habe ich noch ein Liquid-Transponsor hingebaut und jetzt kann ich da praktisch Laber reinfüllen und zack. Was? Aber das will ich jetzt sehen. Jetzt zum Signal. Und das macht eigentlich genau. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Binda, 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 binda. Äh, äh, äh. Ach, der muss, hä? Das geht aber nicht in die Truhe, ne? Schwencher. Ja. Warte. Ach, jetzt geht's in die Truhe. Was? Jetzt? Ja. Auf die kleine Entfernung ist nicht mehr sichtbar. Oh. Achso. Ja, äh, 21 Minuten. Ich würde mal sagen, äh, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten LP. Okay. Ja, ich sag dann auch mal. Tschüss.